Die Chlorella-Alge ist eine Süßwasseralge mit erstaunlichen gesundheitlichen Vorteilen, insbesondere für die Entgiftung des Körpers und die Hautgesundheit. Mehr als 1000 wissenschaftliche Studien bescheinigen der Chlorella-Alge herausragende gesundheitliche Qualitäten. Was ist die Chlorella-Alge? Chlorella ist eine extrem kleine Alge, die mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Sie gibt es seit mehr als 2 Milliarden Jahren. Die Süßwasseralge ist seit den frühen Tagen unseres Planeten unverändert geblieben. Studien haben gezeigt, dass dieses Superfood den gesamten Körper stärkt, indem sie die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördert, die Auswirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung lindert, Blutdruck und Cholesterin senkt und bei der Entgiftung des Körpers hilft. Die Chlorella-Alge befreit den Körper von Schmermetallen. Toxine aus der Umwelt gelangen in unser Essen und schließlich in unseren Körper. Wenn sich diese toxischen Substanzen im Körper akkumulieren und ansammeln, können sie viele Krankheiten verursachen, einschließlich Krebs. Chlorella kann diese Toxine ausspülen und den Organismus reinigen. Die Alge hat sich als besonders nützlich bei der Entfernung von Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber und Blei erwiesen. Eine japanische Studie zeigte, dass durch Chlorella Cadmium 7 mal schneller vom Körper entgiftet wird. Die Studie wurde an Opfern von Cadmiumvergiftungen durchgeführt. Menschen, die mit der Einnahme von Chlorella beginnen, bekommen in den ersten Wochen häufigeren Stuhlgang. Das liegt an dem Entgiftungsprozess, der im Darm stattfindet. Die Reinigungswirkung ist nicht auf den Magendarmtrakt beschränkt. Die Alge wirkt auch als Blutreiniger und Leberreiniger. Die Chlorella-Alge erhöht die Eisenreserven des Körpers. Der extrem hohe Chlorophyllgehalt der Alge erhöht das Hämoglobin im Blut. Mit der Erhöhung des Hämoglobins erhöht sich die Sauerstoffversorgung des Blutes, wodurch die Blutzirkulation sich verbessert und Schlacken aus verschiedenen Geweben und Organen einschließlich der Leber eliminiert werden. Die Chlorella-Alge enthält Vitamin B12. Als eine der ganz wenigen pflanzlichen Quellen enthält die grüne Alge das Vitamin B12. Dieses Vitamin ist wichtig für die Blutbildung. Ein Vitamin B12-Mangel kann zu Blutarmut und Nervenschäden, Darmproblemen und vielen weiteren Beschwerden führen. Von einem Vitamin B12-Mangel sind vor allem Veganer betroffen, weil eine rein pflanzliche Ernährung kaum Vitamin B12 enthält. Die Chlorella-Alge entgiftet nach Strahlen und Chemotherapie. Durch Chlorella bleiben die Funktionen des Immunsystems auf oder nahe dem normalen Niveau während einer Chemotherapie oder bei der Verwendung immunsuppressiver Medikamente. Der hohe Chlorophyllgehalt der Alge schützt den Körper vor UV-Strahlen, während radioaktive Partikel aus dem Körper entfernt werden. In einer zweijährigen japanischen Studie beobachteten Forscher, dass Patienten mit aggressiven Hirntumoren weniger Atemwegsinfektionen und grippeähnliche Erkrankungen durch die Einnahme von Chlorella hatten. Chlorella-Alge stärkt das Immunsystem. Dieses Superfood hat sich in mehreren Studien als Immunstimulanz erwiesen. In einer südkoreanischen klinischen Studie zeigte sich, dass die Einnahme der Chlorella-Alge bereits nach kurzer Zeit das Immunsystem enorm stärkte. Bei Menschen, die 8 Wochen lang nur 5 Gramm Chlorella pro Tag erhielten, fanden die Forscher eine Steigerung der Aktivität der natürlichen Killerzellen um 10%, im Vergleich zu denen, die ein Placebo erhielten. Auch der Gamma-Interferonspiegel stieg signifikant, was auf eine bessere Immunität des Körpers gegen virale und bakterielle Infektionen hinweist. Die Chlorella-Alge hilft beim Abnehmen. Abnehmen ist schwierig für viele Menschen, insbesondere ab einem Alter von 40 Jahren. In einer Studie zeigte sich, dass die Einnahme von Chlorella zu einer spürbaren Verringerung des Körperfettanteils des Serum-Gesamtcholesterins und des nüchternen Blutzuckerspiegels führte. Chlorella hilft dabei, die Hormone zu regulieren und kurbelt den Stoffwechsel an. Die Alge verbessert die Durchblutung und stärkt die Leistungsfähigkeit. Chlorella hilft Gewicht und Körperfett zu reduzieren und gespeicherte Giftstoffe auszuspüren. Die Chlorella-Alge lässt sie jünger aussehen. Die Forschung zeigt weiterhin, dass Chlorella den Alterungsprozess verlangsamen kann und sie jünger aussehen lässt. Eine Studie zeigte, dass Chlorella stark oxidativen Stress reduziert, der durch Umweltverschmutzung, Stress und eine schlechte Ernährung verursacht wird. Chlorella-Alge hilft gegen Juckreiz. Pro-Rigo oder Juckreiz ist eine Erkrankung, bei der sich extrem juckende Hautknötchen bilden. Giftstoffe sind eine der Hauptursachen für diese Erkrankung, die die betroffenen Menschen schwer belastet. Der Körper versucht Giftstoffe über die Haut loszuwerden, deshalb bilden sich juckende Stellen. Chlorella ist aufgrund ihrer extrem starken entgifteten Wirkung das ideale Mittel, um die Schlacken zu binden und aus dem Körper zu entfernen. Die Patienten berichten, dass selbst bei jahrelanger Pro-Rigo, bei dem kein Medikament mehr half, die Chlorella-Alge innerhalb weniger Wochen dramatische Verminderung des Juckreizes bewirkte. Die Chlorella-Alge hilft, Psoriasis zu heilen. Die Süßwasseralge besitzt heilende Effekte auf die Haut durch ihre entgiftenden Wirkungen. Psoriasis gilt als Autoimmunerkrankung, bei der die Abwehrzellen des Immunsystems die eigenen Hautzellen angreifen. Warum das Immunsystem die eigenen Hautzellen attackiert, ist eine offene Frage in der Medizin. Wahrscheinlich erkennt das Immunsystem aufgrund von Ablagerungen und Schlacken, die sich an die Hautzellen anheften, die Zellen als körperfremd. Diesen Prozess durchbricht Chlorella. Einige Psoriasis-Patienten berichten, dass sie sich durch hohe Dosierung, 5 bis 16 Gramm pro Tag, von Psoriasis befreien konnte. Die Anwendung von Chlorella ist bei Schuppenflechte hilfreich und kann mit anderen natürlichen Therapien ergänzt werden. Die Chlorella-Alge stoppt Krebs. Einige Forscher nehmen an, dass jeder Mensch irgendwann Krebszellen entwickelt. Ein gesundes Immunsystem hat jedoch die Fähigkeit, diese Zellen anzugreifen und zu zerstören. Eine kürzlich durchgeführte medizinische Studie hat herausgefunden, dass Chlorella hilft, Krebs auf verschiedene Arten zu bekämpfen. Durch die Alge wird das Immunsystem gestärkt, sodass der Körper richtig reagieren kann auf entarmte Zellen. Ein weiterer Vorteil der Chlorella-Alge ist, dass sie Schwermetalle und Giftstoffe aus dem Körper entfernt und so die Risiken für umweltbedingte Krebserkrankungen vermindert. Bei krebskranken Menschen verstärkt die Alge die Wirkung der T-Zellen, die abnormale Zellen bekämpfen und beseitigen. Die Chlorella-Alge senkt hohen Blutzucker und Cholesterin. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass 8 Gramm Chlorella pro Tag, aufgeteilt in zwei Dosen, helfen kann, den Cholesterinspiegel und den Blutzuckerspiegel zu senken. Die Forscher beobachteten zuerst einen Rückgang des Cholesterinspiegels und dann die Verbesserung der Blutzuckerwerte. Chlorella ist eine der besten Nahrungsergänzungen, eine der am besten erforschten und eine der am längsten als Nahrungsmittelergänzungen zugelassenen Naturmittel. Wenn Sie jeden Tag etwas Chlorella essen, verbessern Sie die Gesundheit Ihrer Leber und die Hautgesundheit und des ganzen Körpers auf dramatische Weise. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben, abonnieren Sie auch diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.